Was gibt das denn? Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Einige Dinge immer noch fragwürdig, aber insgesamt besser als die letzten Uploads. Mach das mal und hab mal jedes Mal ein anderes Gesicht, wenn du wieder hochkommst. Eine andere Fratze. Sehr geil. Und geh, und geh, warte, ne, weißt du was ist? Ah! Ah! Yes, baby! Yes, light, light! Diese Hose! Alter, du siehst aus wie so ein Comedian aus den 20er Jahren oder so, der zu große Klamotten anhat, Alter. Stiff! 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 Musst du mal helfen, Mann? Ne, warte nicht, Alter. Fall ich da vorne um. Hör mal auf, Alter. Das ist dir nur ein Zweck. Das kommt nicht raus, Alter. Hilf ich mal. Hilf ich mal, bitte. Oh, Alter, Alter, bleib doch gut. Ne, lass mich mal leicht da vorne fallen, Alter. Leicht, aber nicht fest, ey. Was kommt davon, wenn man im Müll spielt? Willst du ihm helfen? Nein. Er hat es dir auf jeden Fall nicht verdient, dass ihm geholfen wird. Dein neuer Schildkröten-Panzer, ey. Ich bin ein Ansicht in Krebsgelegen. Na, lauf doch mal mit deinem Panzer. Lauf doch mal mit deinem Panzer. Alter, war gut. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten Weg. Einen gesegneten Weg wünsche ich Ihnen. Passen Sie auf sich auf. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. Vielen Dank.